Locker auf die Zehenspitzen und das Knie nach oben, die Hände, die Arme nach unten drücken. Schöne Spannung im Bauch, den Oberkörper gerade und dann gehen die Arme nach oben. Wichtig, immer auf dem ganzen Fuß stehen und abrollen, den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen für eine Spannung im Oberkörper und ausatmen, aus und ein, aus und einatmen. Das Knie schön nach vorne wegnehmen, nicht zu nah am Körper nach oben ziehen. Die Arme nicht zu weit nach oben führen, ungefähr auf Schulterhöhe halten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Fordern Sie sich zu Beginn nicht zu sehr. Geben Sie sich Zeit mit dem Training im Wasser. Vom Hampelmann locker die Arme von Seite. Auch hier drauf achten, eine schöne Spannung in den Armen, in den Oberkörper. Die Arme nur auf Schulterhöhe schwingen lassen. Die Arme, er THEYB das auch um... ... ... Musik Aus und einatmen Aus und einatmen Aus und einatmen